So, jetzt geh hier rein und machen Usutu da. Hier, Boshiken, aufmohren, jetzt Usutu Kakel und hier geh rein. Hier rein, jetzt treten wir rein. Hier, jetzt, hier ist mein Tritt. Hier, hier, hier. Ein ganz stabiles, kann das so werden. Die Würfel sammeln. Jetzt drehen. Achtung. So rein. Achtung. Dreh hier rein. Und rein. Bumm. Jetzt, wo meine Hüfte ist. Unter seiner Hüfte. Ich muss mich hier rücken. Ich muss ihn hier. Oder die Apossiere. Den zeige ich. Das ist normal. Also ich knack und dann wir. Das ist schon da. So. So ist er. Wie heißt der? Das ist gut. Sehr lang. Ja. Hier rein. Aber. Rein. Ja, hier. Oha. Eins. Zwei. Aufmachen. Rein. Hier ist mein Tritt. Ja. Ja. Und. Um. Und. Und wieder. Wenn. Wenn. Hier. Er. Kraft reinbringt. Dann. Ja. Also ich bin hier. Zack. Er bringt Kraft rein. Und jetzt lege hier unten. Ja. Passt ja ohne Gedanke. Jetzt hör mal um. Um. Ja. Ja. Rein. Hier ist mein Tritt. Achtest da drauf. Und. Das heißt also. Bum. 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 Wenn jetzt der Gegner sich so dreht. Dann dreht ihn mal raus. Ja. Okay. Das ist kompassierend. Das heißt also. Machen wir den. Bum. Bum. Gehe so. Das ist was ich runter. Bum. 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 Er dreht. Bum. 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 Ich gehe in einen Kantan. Hier ran. So jetzt. Und jetzt die Schneidling. Ja. Wenn er sie ein dreht. Bum. Bum. Geh nach unten. Ja. Und zweit muss. Bum. Nahe rein. Bum. Bum. Geht er sich raus. Ja. Bum. 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 Okay. Bum. 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 Jetzt bin ich nicht zu groß anhanden, die Fähne vom Guckel hier raus, also das ist jetzt praktisch. Geh hier, Faschite, ja? Okay, auf den Fuß muss ich aufpassen, weil er hat alles gut gemacht. Das heißt, ich bin hier, hinterbei rum, Faschite, ja? Jetzt hat es ja auch ein bisschen weht, jetzt von der, hier so. Hier, hier, er hat Kraft drin. Hier, wenn er Kraft drin hat, dann geht er, ja musst du doch wieder nicht. Dann gibt es einen Blick rein, ich gehe hier, mein Gewicht ist direkt am Schultergelenk. Oder zurück, das ist gut. Jetzt geht es so, oder? Wenn man sieht, das ist ein Messer, ne? Hier. Da ist mein Wuschiken, ja? Da ist mein Wuschiken. Da ist mein Wuschiken. Da ist mein Wuschiken. Da imprintavaat, das ist mein Wuscheln. Da ist mein Wuscheln. Vielen Dank.